Das erste tragbare Telefon. Die Zukunft war da. Und es kam noch besser. Die Einschienen-Schnellbahn. 1952 wurde sie stolz auf der Versuchsstrecke in Köln präsentiert. Leider konnten sich die Kölner nicht einigen, ob man sie nun einführen wollte oder nicht. Heute fährt sie in Asien. Groß wie ein Kühlschrank, aber ziemlich präzise. Seit September 1957 galt im Land ein Tempolimit. 50 Stundenkilometer innerorts. Um Geschwindigkeitssünder festzustellen, arbeitet die Polizei neuerdings mit Radar. Es ist ein komplizierter Apparat, der sich hinter einem unscheinbaren Ausschnitt verbirgt. Ein Kilometer zu viel und schon liebt es.